So, ich stehe jetzt hier in Planes vor dem Castel de Saint-Joan und da wollen wir jetzt gerne reingehen. Wir sind jetzt hochgelaufen von unten vom Hafen aus. Es war eine schöne, bisschen anstrengende Strecke, aber es war okay, war in Ordnung. Der Sonne entgegen. Herrlich. Ist das nicht der Traum, wenn ihr heute Bernd habt? Klassiker. Die Kapelle und auch die Burg von Saint-Joan stammt aus dem Mittelalter und wir befinden uns jetzt im Moment so circa 173 Meter über dem Meer. So, ich stehe jetzt hier vor dem hohen Turm. Leider ist er verschlossen, also rein können wir nicht in den Turm. Und hier ein bisschen Aussicht. Ganz hinten sieht man schneebedeckte Berge. Ich vermute mal, dass man auf dem Film das leider nicht so gut sieht. Und in dieser Richtung sieht man da ganz hinten so ein, naja, Haus mit Turm, vielleicht eine Einsiedelei. Jetzt drehen wir mal eine kleine Runde um den Turm. So weit, wie wir kommen. Tja, Ende. Oh, meine Batterie ist auch ziemlich am Ende. So, diese Festung war nicht ganz so imposant wie die letzte, die wir gesehen haben. Die Burg Montsoriu. Aber trotzdem auch ganz schön. Und in der Sonne ist sowieso alles herrlich.